Hast du grad mit dem Finger so ein bisschen rumgewackelt? Aha! Ich dachte es mir. Ich hab 8 Gold. Ich komm mal zurück. Runde 2! Willkommen zurück! Das ist echt super. Wir spielen Tippies. Den versteht ihr jetzt nicht, aber... Das ist einfach nur witzig. Ich bin einfach glücklich, Isen. Du machst mich glücklich. Du bist der Mann meines Lebens. Ich bin der Mann deines Lebens. Ich muss gleich mal hin. Aber hey, wenn die Leute das Ende der ersten Episode gesehen haben, dann wissen sie auch, hey Mann, jetzt warum lachen die denn so? Und warum sagt der Runde Nummer 2, wenn das die erste ist? Das ist nämlich die erste Runde. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Bad Wars. So hätte ich sagen sollen, aber hey. Alles durcheinander. Hier, äh, Eisen. Eisen? Eisen für Isen. Wo gehen wir hin, sag mal? Ich geh mal in die Mitte, oder? Wo gehst du in die Mitte? Warte, ich helfe dir. Beziehungsweise ich halt mal ein bisschen Wache. Mann, ist das verplant heute hier. Das ist... So, da gehen noch andere in die Mitte. Also pass auf. Ich mach's wie immer. Du machst das wie immer mit Hingabe und... Ja, und Ausdauer. Ausdauer. So. Weißt du. Ich ruste mich kurz mal aus. Äh, ich hab keine Block mehr. Achso, hättest du mal gesagt, hätte ich dir geholfen. Alter Eisen, Mann, mit dir macht das keinen Spaß mehr. Ich hab keinen Block mehr. Du hast keinen Block. Der war gut. Der war echt gut, Mann. Ich. Wow. Hätte ich nicht erwartet. Der war tatsächlich besser, als ich... Als er im Kopf noch anhörte. Das ist auch selten so. Ja, der war echt... Ey. Bei uns, ne. Ist okay. Bist du in der Mitte? In der Mitte ist auf jeden Fall jemand. Den musst du sofort umbringen. Sofort, sage ich. Hinter dir, also. Geiß mal auf das Gold und geh lieber dem... dem Honey hinterher. Geh dem Honey hinterher. Der darf kein Gold verwenden. Geh mir 2004. Soll ich mich mal rüber bauen zu denen, oder was? Soll ich ihn erst töten? Ich töte ihn erst. Töte ihn. Ich baue mich dann... Nee, ich komm einfach... Warte, in der Mitte ist noch so ein Gelber noch. Ich geh mal in die Mitte, okay? Mach das. Hast jemand runtergekickt? Nein, aber... Jetzt habe ich den Türkisen ausgeschaltet. Den Türkisen? Kriegst du die Leute hin, oder soll ich dir helfen? Du hast... Ich weiß nicht, wo der andere Türkise ist. Ach, der ist auch tot. Der ist tot, der ist tot. Dann geh ich mal rüber. Warte, dann mach ich mal ganz kurz weiter, weil hier stehen nämlich kleine Wege und so. Okay, dann geh ich mal kurz zum Gelben, oder was? Der hat einen Bogen und guck dich hin. Aber in der Mitte ist halt ein Weg und da ist halt Gold, das ich nicht habe. Okay, macht nichts. Ich geh einfach durch. Die sind echt... Irgendwie... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich stehe ungünstig. Ich stehe ganz ungünstig. Verdammt, ich stand ungünstig. Der Gelbe ist... Wo ist denn der andere Gelbe? Ich habe die Gelben abgebaut. Wo ist denn der andere Gelbe? Was? Sind wir jetzt auch schon tot? Ich spiele es noch an. Ne, wir sind noch an meinem Leben, ne? Ich weiß gar nicht, welche Farbe wir sind. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Paluten-McGranny. Wir sind viel zu professionell, um uns darum zu kümmern, welche Farbe wir spielen. Welche Farbe sind wir noch mal? Das macht keinen Unterschied. Wir sind nicht rassistisch. Cool, ne? Ne, war nicht gut. Ne, okay. Ich schäme mich jetzt ein bisschen. Hast du grad mit dem Finger so ein bisschen rumgewackelt, so? Aha. Ich dachte es mir. Ich dachte es mir. Ich habe acht Gold. Ich komme mal zurück. Ich baue mir mal einen Bogen. Auf Terror. Wir sind grün, oder? Ja, wir sind grün. Extrem Terror. Ja, wir sind grün. Hi! Wir sind die grünen, Guys. Hinter uns, oder was? Nein. Ich wäre fast in diesen kleinen Schlitz gefallen. Das will man nicht. Das sagst du öfter, ne? Ja. Manchmal falle ich in kleine Schlitze rein. Komm nicht wieder raus. Ist gefährlich. Ich habe mir noch so ein gutes Schwert, glaube ich. Aha! Rasiert. Aha! Sagst du. Na gut. Eisen kann ich auch ein tun. Warte mal. Ich habe was zu essen. Was ist passiert? Hast du grad einen Ballon weggemacht? Irgendwie? Weißt schon. Luft rausgelassen. Ne. Das war mein Kopf. Wieso treffe ich den ja nicht? Was bauen die denn da? Wieso treffe ich denn die Leute nicht? Ah, fuck it, man. Hey, fuck. Hey, fuck, fuck. Fuck, fuck. Hm. Wusste dich mal aus. Hey, komm mal, man. What's up, man? What's up? What's up? What's up, guys? Einfach nur wie so ein retarded. This is Corona featuring Eisen. Corona. Battleshit. Battleshit. Battleshit on the battlefield. Directly from Russia. Warte mal. Greetings to my homie. Vladimir. Vladimir Russia. Warte mal, ich helfe den Roten mal ein bisschen. Irgendein Wladimir sein, aber ich meinte Putin. Die Roten sind gleich tot. Hast du denn? Spam sie tot. Du spam sie tot. Die Roten sind gleich tot. Ich hab's immer noch nicht geschafft, Pink zu eliminieren. Der Gelbe ist bei den Roten drin auf jeden Fall. Ich hab ihn getroffen. Wie machen wir das jetzt? Du hast doch... Du musst mich mal ein bisschen einweilen in deine Taktiken. Ähm... Ich renne wild durch die Gegend, brüllen ein bisschen Feuer, erwähnen ein paar... Ein bisschen Feuer, Feuer. Erwähnen hin und wieder mal deinen Namen und am Ende gewinnen wir. Da kommt ein Pinker. Der ist gefährlich. Ah, verdammt, Mann! Jetzt wieder das Gold weg. Ey, Eisen! Ich hab dir gesagt, da kommen die Pinker. Wenn ich noch mal die Pinker missbremst. Das tut mir doch unsagbar leid. Ich würde gerne... Hab ich was? Das ist schon wieder so aufregend hier. Das ist ja schwer. Oh, oh, oh. Mmh. Reiß dich doch mal zusammen. Ey. Ich schieß einfach viel zu hoch die ganze Zeit. Ich hab irgendwie kein Aiming. Mann! Okay. Ja! Gott sei Dank! Endlich mal was getroffen. Der Pinker ist mit dem Gold runtergefallen gerade. Wird noch öfter stehen, deswegen traufe ich einfach mal. Was? Headshot. So. Blöder gelber Sack! Haha, das ist witzig. Hm. Das ist ja echt gut. So. Ich hab auf jeden Fall einen runtergekickt. Okay, warte. Ich hab hier mal so ein bisschen Ausrüstung zurechtgelegt. Scheiße. Scheiße, den treffe ich niemals. Och Mann, ich ziele aber auch wieder letzte Affe. So, was machst du denn? Genau. Leg dir mal was zurecht. Ich geh mal den da hinten weg snipen. Doch nicht. Der ist zu weit. So, wie viele leben denn noch? Pink, blau und wir. Und ein Orangener, der keine Bedrohung darstellt, weil er alleine ist und kein Bett mehr hat. Okay, alles klar. Ähm, wir machen das jetzt aber mal fertig, oder? Wir machen das jetzt fertig. Gehen wir in die Mitte? Ja. Let's go. Hast du Equipment? Ähm, ja. Der Pinke kommt zu uns. Mach ihn doch. Wollen wir uns... Wollen wir uns... Wir haben auch keine Wege hier aus der Base raus, ne? Das ist so geil. Nee, wir haben keine Wege. Wir müssen irgendwie in die Mitte gehen. Oder baust du mal was? Ich bin gerade angerufen. Ich muss das mal ganz kurz ignorieren. Baust du mal einen Weg raus aus der Mitte? Ja. Ja, also aus der Mitte... Ja, aus der Base. Hier mache ich schon. Sehr gut, bist du dabei. Hat der einen Bogen? Nee, oder? Nee, nee, die haben keine Bögen. Ich hab den letztens runtergekickt. Also der hat kein Gold. Der sammelt grad wieder was. Und wer nicht gut bin, kriege ich ihn wieder runter. Nee, der geht hinten rum. Der geht hinten rum. Keine Chance. Misty! Misty Schnitzi! Das, der geht hinten rum? Bissi. Ja, hinten rum geht er. Ach so, hinten rum. Also, wo ich ihn nicht treffen kann. So, ich bin jetzt auf jeden Fall der nächsten Base hier. Ja, ich bin hinterher gekommen. Ah, oh, ah, oh, ah. Erst zu Pinke, lass direkt zu Pinke hin, ja. Die sind nicht zu Hause. Sonst wird's mein Handy ausmachen, denn ich werde hier permanent angerufen. So, ich hab das jetzt einfach mal auf lautlos. Ah, okay. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin super pink. Ja, pink ist down. Das wird ziemlich gut von dir. Und? Einer ist runter, okay. Bin ich runtergeschossen? Mhm. Der andere geht, glaub ich, zurück zu unserer Base. Geh mal zurück. Ich weiß es aber nicht genau. Wenn du jemanden siehst, schrei. Schrei laut. Doch, da ist einer, da ist einer. Pass auf. Huh, huh, huh. Spannend. Ich treffe nichts, Alter. Ich bin so schlecht. Pink baut das Bett von blau ab. Los, Pink, bau doch mal das Bett von blau ab. Blau jetzt ab, hier. Bau doch mal das Bett von blau ab, aber nicht von uns. Macht der denn da? Der Orangen, was macht der denn die ganze Zeit? Der steht schon wieder nebenan bei uns. Ich mag den nicht. Ich mag den einfach nicht. Ach man, jetzt hat er mich getötet, Mann. Oh Mensch, du bist tot. Corona. Warte, ich hab ein bisschen Eisen für dich. Und ne Hose. Nein, ich hab doch schon was an. Ist doch egal. Okay. Der macht sich echt hier einen Spaß draus. Ich schieße aber auch nicht sonderlich gut mit dem Bogen gerade. Ich bin irgendwie voll schlecht. Ich weiß nicht wieso. So, guck mal. Es liegt jetzt komplettes, gutes Equipment in der Kiste und so, weißt du? Okay, wollen wir uns dann rüber zu dem Orangenen bauen? Der ist der letzte und ein Pinker. Der Orange ist auf jeden Fall gleich nebenan. Ja, dann auf geht's, oder? So ein paar Dings hier. Ja. Ein paar Dings, die Bumsi. Ich geh mal in die Mitte. Von daraus kann ich besser snipen. Wo waren wir denn? Warte, wo soll ich? Nee, äh, waaah. Oh, fasste dich hin. Wo bist du? Ey, soll ich mal in die Mitte gehen? Geh mal in die Mitte, ja. Du gehst da so ganz furchteinflößend mit dem Bogen. Ja. Echt. Sieht echt schön aus. Mehr kann ich hier nicht machen. Ich kann nichts machen. Das ist, ja. Es ist optisch ein Augenschmaus. Der Typ baut sich einfach nur ein. Ein Augenschmaus. Das ist doch langweilig. Ich will nicht immer mit dem Bogen schießen. Können die sich nicht einfach mal irgendwie bewegen? Du überzeugst nicht nur mit Bart, sondern auch mit Bogen. In der Händen ist einer. Uh, okay. Die sind extrem weit von unseren Wert. Mit Bart und Bogen. Ich geh auch mal in die Mitte. Okay. So. So. Der Einer hat auf jeden Fall... Okay. Was passiert? Willkommen zur zweiten Runde. Willkommen zur zweiten Runde. Nee, das ist auf jeden Fall eine Runde. Keine Ahnung. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Es war eine super Runde und ähm... Ähm... Schaut bei Corona vorbei. Der... Der ist echt irgendwie fluffig, Mann. Und... Hallo. Steht unten in der Beschreibung drin auf jeden Fall. Nice. Und äh... Natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.